Have fun, ihr Sauberabend zurück in Assassin's Creed Valhalla im DLC Dawn of Ragnarok und ich habe hier Reichtum gefunden, wahrscheinlich Kristall der Tungstenbaden. Mal schauen, ist es so schön es gibt hier. Schliegteir! Dann werde ich auch gleich was ausprobieren. Gehen! Gehen! Die Bühne! Die Verzeigungslachen sind vorherbestimmt, oder? Du kannst nicht sehen, auch mehr wie flammend! Okay! Es ist Zeitart! Lassen wir uns nicht mehr hin! Du überlebst nicht! So, da diese Kraft gerade in Aktion ist, kann ich sie nicht nehmen. Okay. Kraft der Wiedergeburt. Ja, eigentlich ist die nice. Okay. Damit habe ich das einmal getestet, und ja, sieht schön aus. Viel Spaß weiterhin noch! Have fun, euer Aboram, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao!